Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce Shadow of the Phoenix. Wir haben in der letzten Aufnahmesession, Folge, wie auch immer, die Urwerk-Krypten abgeschlossen. Komplett abgeschlossen. Na gut, bis auf den Teil hier oben, aber der kommt ja später. Gut, wir wollen weiter in die Wachfeste, wo wir aber nicht lange bleiben werden. Ja, Katzin. Das sind andere Truppen als Inkartai. Diese Eisernen habe ich noch nie gesehen. Hohen hatte Recht. Diese Armee würde das Reich zermalmen. Ja. Ich brauche eine starke Verteidigung. Und zwar schnell. Aber wie komme ich an das Monument? Freund! Öffnet uns das Tor! Wir werden euch helfen! Rasch! Nein. Ich gehe erst mal das Heldenmonument holen und meine Helden. So, da sind die Runen und Baupläne. Für diese dieses Gebiet. Und zwar kriegen wir ein Windtempel für die Elfen mit ihrer Belagerungseinheit. Und für die Zwerge kriegen wir alle der Tapferen. Gut. Die Szenläufer hier sind keine große Gefahr. Achtung! Verteidigt euch! Zeit zu sterben! Zurück mit euch Also ja, die Untoten hier, in der Richtung lasse ich in Ruhe Verteidigt euch Vorsicht Zurück mit euch Zurück mit euch Also ja, der Skilet Legionär, der kann auch gut Verteidigt euch So, den haben wir weg Lachen wir uns jetzt unsere Heroes Ignorieren die Richtung und gehen in die andere Richtung Die Rune ruft Ja, Hatiko-Puppen mäßig fehlt mir jetzt wirklich nur noch Eine Held, eine Held-Hatiko-Puppe Uns fehlen noch fünf Schädelmünzen Von denen ich aber alle fünf weiß Zwei kriegen wir nämlich in der Stadt der Seelen Also müssten wir in der Stadt der Seelen kriegen Auf jeden Fall von dem einen Troll-Skelett da Sollten wir eine kriegen Die zweite weiß ich gerade gar nicht Sofort Von wem wir sie kriegen Und los Mir nach Und los Zur Ehre Halte durch Männer Zurück mit euch Verstärkt die Deckung Schlagt sie zurück Schließt sie rein Verteidigt euch Schlagt sie zurück So Sie sind überall Ich muss dich nochmal heilen Weil sonst stirbst du mir So Auf meinen Befehl Vorwärts Bringen wir es zu Ende Sie sind überall Gleich die Praetorianer Versteigerung Zurück mit euch Durch Männer Gleich habe ich versteigeren können Jetzt müssen wir nur noch wegkloppen Auf meinen Zeichen So Mir nach Folgt mir Zur Ehre Aronius Verstärkt die Deckung Oh hier sind ein paar Skelette Schlagt sie zurück Sie sind überall Feindlicher Angriff Halte durch Männer Verstärkt die Deckung Da verstanden wir mal wieder Den Praetorianer Damit der uns nicht nervt Machen wir erstmal den Legionär weg Dann den Praetorianer Auf meinem Befehl Vorwärts Sofort Zum Angriff Schlagt sie zurück Schließ die Reihen Auf meinem Befehl Zum Angriff Ich hoffe die vier Level Reichten uns noch Sie sind überall Schließ die Reihen Zurück mit euch Vorwärts Sofort Sofort Auf meinem Befehl Vorwärts Also um Zum Angriff Um schwere Kriegskunst Auf 80 zu bringen Schlagt sie zurück Achtung Schließ die Reihen Feindlicher Angriff Kämpft Kämpft Ach da war noch ein Skelett Achtung Die sind gerade alle hypnotisiert Kämpft Die Rune Zur Ehre Aonias Zeit zu sterben Weißt du was Du kannst hypnotisieren Aber ich kann versteinern So Auf meinem Befehl Zur Ehre Aonias Gut jetzt müssen wir warten Bis die Auf mein Zeichen Hypnose nachlässt Die Rune ruft Zu Befehl Zu Befehl Die wurden ja gut hypnotisiert Auf mein Kommando So So Dieses Mal machen wir es Noch gleich richtig Und Warten später Bis hier der Durchbruch kommt Mir nach Vorwärts Schnell Sofort Ein Schrei-Affe Und ein Blut-Affe Vorwärts Auch ein Blut-Affe Zur Ehre Aonias Vorsicht Ja Folgt mir Zur Ehre Aonias Verstärkt die Deckung Vorsicht Schlagt sie zurück Sie sind überall Achtung Haltet durch Männer Zurück mit euch Kämpft So Und hier brauchen wir gar nicht weitergehen Weil hier geht es direkt runter In die Hauptfestungsanlagen Auf mein Kommandos Auf mein Schnell Gut das heißt Wir gehen jetzt hier hoch Sofort Und Legen uns damit Noch mehr Affen Und Dämonen Und so an Also mit Affen Und Untoten Und Dämonen Und dann werden wir uns erstmal Wieder zurückziehen Auf mein Kommando Vorwärts Folgt mir Für die Freiheit Schlagt sie zurück Halte durch Männer Verteidigt euch Schnell Ja wir gehen die Treppe hoch Und die andere dann runter Mir nach Auf meinem Befehl Ja Vorwärts Zur Ehre Aonias Das sind zum Glück nur Blutachten Vorsicht Sie sind überall Bereit Folgt mir Zur Ehre Aonias Vorsicht Schlagt sie zurück Schließt die Reihen Sie sind überall Zurück mit euch Sie sind überall Was war alles klar Für das Licht Verstärkt die Deckung Schließt die Reihen Schließt die Reihen So immer schön versteinert Das hilft uns ja auch Schließt die Reihen Wer du mit drauf haben würdest Würde das auch helfen Auf meinem Befehl Mir nach Auf meinem Befehl Folgt mir Vorwärts Schnell Da ist ein Aufstieg Für die Rune Auf jeden Fall Den sollten wir gleich mal Schließt die Reihen Haltet durch Männer Verstärkt die Deckung Okay Geister auf den Clown leben Zurück mit euch Geister auf den Clown